So, ich habe heute Morgen die Ehre, einen kurzen Impuls weiterzugeben. Mein Thema heute Morgen heißt, für was lebst du? Für was lebst du? Wir haben die letzten neun Monate, glaube ich, so eine hammer Zeit miteinander gehabt. Und es ist wirklich eine Ehre, dass ich jetzt was weitergeben darf. Und ich möchte mich, ich möchte euch fragen, für was lebst du? Und wir haben gerade gehört, die Mädels haben richtig klasse aus der Bibel vorgelesen. Und in Vers 12 heißt es, Ja, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und als Mitarbeiter bei Einsegnung, wir möchten euch mitteilen, ja, wir sind auch, so wie Paulus schreibt, wir sind noch nicht ans Ziel gekommen. Wir sind vielleicht ein paar Schritte voraus, aber wir möchten euch ganz stark ermutigen, ja, mit Jesus zu leben lohnt sich. Das ist wirklich was, was sich lohnt. Und um weiter mit Jesus zu gehen, es ist echt, was wir vor Augen haben sollten. Ja, was ist mein Ziel im Leben? Wofür lebe ich? Ja, Paulus schreibt, ich setze alles dran, dass ich ans Ziel komme. Aber was ist das Ziel? Das möchte ich ein bisschen anschauen heute Morgen. Vielleicht für euch habt ihr gerade Ziele. Vielleicht ist es für dich, Instrument besser spielen zu können. Vielleicht gute Noten in der Schule zu bekommen. Will ich vielleicht Gott ehren oder Gott mehr ehren in meinen Beziehungen? Vielleicht ist es irgendwas mit sportlicher Leistung. Du wirst weiter trainieren, dass du stärker wirst, dass du schneller wirst. Ich weiß nicht, was es für dich ist heute Morgen, was dein Ziel ist gerade. Bei mir ist es so, ich heirate in drei Wochen und das ist ziemlich ein Ziel. Ja, aber ich gebe alles, dass ich ans Ziel wohl ankomme und ganz. Und meine Verlobte sitzt auch gerade hier im Gottesdienst. Das ist auch, könnte man sagen, mein Ziel, dass wir gemeinsam fröhlich an den Tag ankommen. Und ich bin ganz zuversichtlich und ich hoffe, sie auch. Aber wenn wir ein Ziel vor Augen haben, was uns ganz arg beschäftigt, dann sind wir mit so vielen Gedanken beschäftigt. Unsere Zeit verbringen wir, dass wir alles erledigen können. Zum Beispiel bei der Hochzeit, es gibt viele kleine Sachen, die man erledigen muss. Zum Beispiel Dekoration. Ich wusste nicht, dass Deko so viel Kraft kosten könnte. Und ich bin so dankbar, dass meine Verlobte das so souverän alles erledigt. Das ist echt ein Segen für mich. Aber wir haben diese Gedanken und wir verbringen Zeit. Wir üben. Wir holen uns Videos vielleicht aus dem Internet, die uns weiterbringen können. Wenn wir ein Instrument besser spielen wollen. Zum Beispiel, ich will immer besser Gitarre spielen können. Und ja, ich schaue im Internet ein paar YouTube-Videos, die mir helfen, weiterzukommen. Und für uns als Christen ist es auch so. Jesus will, dass wir weiterkommen. Jesus will, dass wir letztendlich an das Ziel kommen, dass wir bei ihm sind. Und das ist was Wunderbares. Und das ist kein Sprint. Man könnte das eher mit einem Marathon vergleichen. Und manchmal fällt man hin. Aber Gott ist immer da und schenkt uns Kraft und sagt, hey, steh wieder auf. Mach weiter, ich bin bei dir. Jesus hat seine Jünger versprochen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir alle Tage. Hey, steh wieder auf. Ich mache uns, ich mache mir heute Morgen Mut, dass wenn du denkst, ach, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist so viel in meinem Leben gerade. Vielleicht viele kleine Ziele. Weiter aufzustehen mit Gott und sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mir heute Kraft gibst. Dass ich alles erledigen kann, was vor mir steht. Genau. Schauen wir die nächste Folie an. Und wenn wir ans Ziel kommen, es gibt, laut der Bibel, es gibt einen Siegespreis. Es gibt einen Siegespreis. Wir haben in weniger als einem Monat fängt die Weltmeisterschaft an. Fußball, Brasilien. Wer hat schon diese Liste von Spielen angeschaut, wann Deutschland spielt? Hat das schon in den Kalender eingetragen? Ein paar Hände? Ja, jawohl. Also ich heirate am 14. Juni und da spielt, also ich komme aus Australien und Australien spielt an dem Tag. Aber ich werde das Spiel vermissen. Das ist doch nicht so schlimm. Australien hat keine gute Mannschaft. Und leider haben wir auch Spanien irgendwie gelost. Das war nicht so schön für uns. Naja. Genau. Und der Siegespreis bei der Weltmeisterschaft. Genau, das ist ein Pokal, aber es ist mehr als nur ein Pokal oder Trophäe. Ja, es geht um Ehre. Es geht um diese Möglichkeit. Und für viele nur einmal darf das passieren, dass sie für ihr Land in einer Weltmeisterschaft spielen dürfen. Und das ist wirklich was Krasses. Wir sehen gerade die Deutschlandmannschaft, die sind 30, aber nur 23 dürfen mit nach Brasilien. Und das ist nicht ohne. Und wir haben gestern von Andrea gehört, dass für Joachim Löw, der Trainer, das ist kein einfacher Job. Ja, diese sieben Spiele anzurufen und sagen, Entschuldigung, aber leider hast du das dieses Jahr nicht geschafft, ins Team zu sein, ins Team zu kommen. Aber für uns als Christen, Jesus sagt zu uns, hey, ich habe euch schon ausgewählt. Du gehörst mir. Du stehst auf meinem Kader. Und wir gehen gemeinsam an dieses Ziel an. Genau. Nächste Folie. Und vielleicht nächste Folie. Und nächste Folie. Genau, hier sehen wir Joachim Löw mit seiner Mannschaft. Und er gibt Anweisungen. Er sagt, ja, wie sieht es aus? Technisch, was können wir verbessern? Was ist unsere Taktik? Wo müssen wir aufpassen? Was sind deine Gaben zum Beispiel? Wir wissen, dass dahinter steht Jerome Boateng. Ich kenne mich jetzt so langsam aus. Ich bin schon fast dreieinhalb Jahre hier in Deutschland. Und ich bin auch Bayern-Fan. Genau. Und deswegen kenne ich Jerome Boateng. Aber wir wissen, dass zum Beispiel Jerome Boateng hat eine andere Aufgabe, wie zum Beispiel Thomas Müller, da rechts oben. Die haben andere Gaben, die spielen anders auf dem Feld, aber die werden ihre Gaben so einsetzen, dass für die Mannschaft das richtig ist. Ja, zum Beispiel Jerome Boateng wird nicht den Ball holen und versuchen selber 50 Meter zu laufen und selber ein Tor zu schießen. Das macht er nicht. Ab und zu mal schon. Aber das ist nicht seine Aufgabe. Er weiß, was er zu tun hat, dass es für die ganze Mannschaft gelingt, um zu gewinnen. Bei uns ist es auch so. Auf der nächsten Folie sehen wir, bei Jesus war es damals auch ähnlich. Wir sehen, dass Deutschland auch rot-weiß genommen hat. Vielleicht von Jesus inspiriert, das wissen wir nicht. Aber Jesus war auch mit seiner Mannschaft unterwegs. Er hat seine Jünger ausgewählt, ausgesucht. Das waren ganz normale Menschen. Das waren Fischer. Das waren, wie nennt man das so, Banker. Zöllner. Das waren ganz normale Menschen. Und Jesus hat sie zu ihm gerufen, hat Zeit mit denen verbracht, hat ihnen vieles gelehrt. Und dann, letztendlich hat er gesagt, und jetzt geht. Und mit dem, was ich euch beigebracht habe, gebt das dann weiter. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Und für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sagt Jesus zu uns, jetzt das, was ihr empfangen habt, gebt das weiter. Und das möchten wir euch mitgeben, dass von dem, was ihr bekommen habt, dass ihr auch Platz findet, wo ihr das weitergeben könnt. Und ich ermutige euch, dass ihr in Verbindung bleibt und versucht, nicht das alleine zu machen. Wenn Lahm versuchen würde, das ganze Spiel alleine zu spielen, er würde das nicht hinkriegen. Und ich ermutige euch, bleibt zusammen, bleibt verbunden. Bringt dich ein in diese Gemeinde oder wo auch immer du für Jesus unterwegs bist. Dass wir gemeinsam ans Ziel kommen. Genau. Und gibt es noch eine Folie, glaubt. Genau. Was Jesus uns gegeben hat, was er uns geschenkt hat, ist, dass wir dieses Privileg haben, dass wir Bürger des Himmelreichs sind. Wir sind auf seinem Kader. Wir dürfen für Gott spielen. Ja, wir wissen, Gott könnte das alles selber machen, wenn er das wollte. Nein, aber er sagt, hey, ich will, dass du dabei bist. Ich will, dass du in meinem Reich tätig bist. Und die letzte Folie. Genau. Wir haben, beziehungsweise ein paar Mitarbeiter haben diese coole Idee gehabt, dass wir für jede Einsegnungsschüler so einen Pass, einen Spielepass erstellen. Und das heißt da unten, du gehörst zur Elite im Auswahlverfahren. Auf dir liegt ein starker Auftrag. Also wir wollten eigentlich für alle hier einen Pass erstellen, aber das ging leider nicht aus finanziellen Gründen. Aber für unsere Einsegnungsschüler, die werden auch so einen Pass bekommen. Und das ist eine Erinnerung, das ist, es geht jetzt weiter. Die haben richtig toll mitgemacht. Prüfung alle bestanden. Ein paar lachen da. Aber die haben echt gut gemacht. Aber es geht weiter. Wir haben noch 1EU Plus heißt es, wo wir noch weiter gehen in Dingen Leitenschaft. Und wie kann ich in der Gemeinde weiter dienen. Und so weiter und so fort. Und wir freuen uns auf diese weitere Zeit mit euch. Gottes Segen. Amen.